ja herzlich willkommen beim neuen video seht ihr meine spürt ihr meine gute laune bei dem berg panorama hier im hintergrund dem wetter schnee praktisch fast t-shirt wetter was immer da schlechte laune haben noch dazu heute morgen losgefahren bei regen sturm nebel was weiß ich und jetzt hier so richtig geiles urlaubsfeeling bin in südtirol gelandet in bozen oder am ritten hinter mir die unterkunft tagungshotel haus der familie da ist vom bioland südtirol die fachtagung da freue ich mich schon richtig drauf weil da darf ich morgen vortrag halten ja bin ich guter dinge richtig voller freude und ja werde es den nachmittag noch ein bisschen hier nutzen das tolle wetter genießen sonne tanken und ein gemeinsames abendessen morgen den vortrag das wird bestimmt cool und ja ich melde mich wieder so jetzt sind wir wieder zurück stehen wieder vor dem bereich das wetter hat man mitgebracht bei uns auch ganz schön warm ein bisschen ein wind ja war super interessant ich glaube auch alle waren so zufrieden also wenn ihr mal lust habt dass ich zu euch kommen vortrag halt im imkerverein oder wie auch immer und wir das zeitlich hinkriegen dann meldet euch einfach ja der ausflug nach südtirol ihr habt es an den bildern jetzt gerade gesehen war schön ne auch landschaftlich sehr schön imkerlich auch sehr interessant weil ich meine ich habe jetzt südtirol noch nie aus imkerlichen aspekten kennengelernt ich war da mal vor 17 18 jahren eher so mit dem thema obstbau und das ist schon interessant ne wir haben diese poebene mit akazie und allem und das geht dann praktisch rauf bis auf 2400 meter höhe mit alpenrose und die biene fliegt ja praktisch was sie bei uns in der fläche fliegt 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 sie daher so praktisch in der höhe also fand ich super interessant super anspruchsvoll auch da zu imkern also die haben alle oder alle imkern südtirol haben glaube ich mein respekt genau so ist jetzt wollen wir beim thema weitermachen und zwar das thema ist heute oder soll ja ein bisschen dieses futter thema sein wir haben jetzt ja gerade diese temperaturen in den shorts in den kurzvideos habt ihr ja schon ein bisschen gesehen was was ich gerade so mache einfach die bienenvölker anschauen weil vor allem schwache völker brauchen muss man schon ein bisschen liebe aufwenden dieses jahr mache ich was und nehmt euch mit ich versuche verschiedene methoden von der anfütterung von jungvölkern das ist ja keine notfütterung weil wir haben ja noch futter drin aber wir wissen dass das futter wahrscheinlich im märz irgendwann knapp wird gerade bei schwachen einheiten ein thema dieses jahr machen wir eigentlich zwei varianten im versuch aber ich habe schon ein bisschen voraus gearbeitet und weiß dass es drei werden und zwar machen wir einmal futterteig selber gemisst nach einem rezept von der kanadischen landwirtschaftskammer da machen wir dieses ganz traditionelle was man hier rät futtertasche und zuckerwasser rein und wir machen noch variante 3 die sich aus variante 1 ablädt aber das ist wahrscheinlich dann ein thema im nächsten video jetzt schauen wir uns mal kurz an wie ich den futterteig gemischt habe wie gesagt das rezept schreibe ich euch unten in die video beschreibung das kommt von der kanadischen landwirtschaftskammer und so habe ich das verstanden so hat man mir das erklärt so stand es auch irgendwo schon das habe ich mir vor drei vier fünf jahren mal herausgeschrieben zum probieren komme halt jetzt erst dazu so ist leben dass in kanada ja praktisch wenn die bienen in diesen hallen überwintert werden der eine oder andere kennt es ja und dann werden die da trachtfertig gemacht das heißt die halle wird ein bisschen angewärmt und dann bekommen die wohl so eine art reizfütterung mit diesem futterteig wahrscheinlich wird es auch draußen verwendet also ich kann mich da nicht mehr so ganz im detail erinnern also wenn ihr da mehr infos dazu habt schreibt es gerne in die kommentare es war nur damals für mich interessant dass ich gesagt habe okay diese art von futterteig will ich mal ausprobieren weil da eben mehr inhaltsstoffe drin sind ihr seht es unten in der zutatenliste wir haben bierhefe wir haben milchpulver und wir haben sojamehl das ist natürlich unter zuckerwasser oder mais stärkesirup je nach je nach wunsch wie man es machen will und das sind natürlich andere inhaltsstoffe wie jetzt futterteig von der stange wie sie auch alle heißen ja und das war so ein bisschen meine das will ich diesmal versuchen das versuche ich bei den schwachen einheiten wie gesagt parallel dann das gleiche mit der futtertasche die habe ich hier schon raus gesucht welche weil da will ich nicht gleich auch los starten und da habe ich ja eben hier diese habe ich schon mal im video vorgestellt verlinke ich euch auch unten da habe ich eben diese futtertaschen für dadant hatte ich ja damals gesagt kann auch als sheet verwenden habe ich aber seite auch noch nicht gemacht so ist es jetzt würde ich sagen zeige ich euch kurz wie ich den futterteig daheim in der heimischen küche gemischt habe praktisch so braucht da ja nicht viel weil ich will das erstmal versuchen dann bringen wir den zu den bienenvölkern und dann schauen wir uns im nächsten video an wahrscheinlich wegen der länge von dem video dann schauen wir uns wahrscheinlich im nächsten video an wie der abgenommen wurde was da passiert ist so jetzt bin ich mit euch auf der schattenseite der imkerei deutlich kälter hier gleich aber wir sind gleich da wir im hintergrund seht ihr auch ein projekt steht da schon auch ein paar wochen rum soll eigentlich ausgebaut werden für wenn ihr mal zu besuch kommen wollt dass wir da einfach kleine die möglichkeit haben das mit kaffee oder sonstigen sachen besser zu lösen den futterteig habe ich jetzt einfach in so butterbrotpapier rein getan das sind so 180 gramm ungefähr für einen versuch mal und den gebe ich jetzt einfach ihr seht hier unten sitzen die bienen und da gebe ich den jetzt einfach mal so rein ich habe den an einer ecke aufgemacht und dann machen wir den deckel zu und machen vergleichsweise noch im nachbarbien folgt das mit der futtertasche kurzer einwurf zu den futtertaschen also ich verwende diese futtertaschen hier wie ihr seht das ist so eine dreifach unterteilte tasche also man kann immer nur ein oder man kann ein drittel weil sie die füllen und das finde ich halt super geschickt weil dann kann ich das futter halt direkt an bienensitz bringen ich zeige es euch hier mal da habe ich ja gerade was gefüllt und zwar habe ich jetzt in diesem fall nur das mittlere drittel gefüllt weil hier so der kern der bienentraube ist wenn der kern der bienentraube jetzt vorne ist fühle ich halt nur das fördere drittel und das finde ich halt hier super interessant weil dann ist das futter halt viel kompakter an der bienentraube ihr könnt euch ja vorstellen wenn die jetzt kein trennsteck hätte oder unten gibt es auch welche wo unten offen sind dann läuft das futter ja dieses kilo halbe kilo über die ganze länge weg und dann ist es da unten in der futtertasche und die bienen müssen über den rand ganz weit runter krabbeln und das ist natürlich mit diesen dritteln schon interessanter und auch die dosierung ist ein bisschen einfacher und durch diesen zwischensteg wollte sich ja nicht aus ihr kennt es ja wahrscheinlich wenn die futtertaschen kein zwischensteg haben diese ganz günstigen dann werden die immer breiter also wenn man die voll macht kriegen die so ein bauch das kann man sich ja vorstellen und wie gesagt deshalb bin ich mit denen eigentlich ganz glücklich ich verlinke euch die wie gesagt unten auch noch mal in der video beschreibung ich habe das ja schon mal erklärt mit diesem video in irgendeinem video mit diesen futtertaschen genau das ist dieses thema ich mache jetzt auch noch mal ein vergleich indem ich das futter einfach oben in den nikofütterer gebe dann haben wir noch mal eine variante ihr könnt mir ja gerne mal in die kommentare schreiben was ihr erwartet was geht am schnellsten weg wie sind eure erfahrungen wie füttert ihr schreibt da gerne mal ein bisschen was zu diesem thema in die kommentare dass man ein bisschen austausch kommt und jetzt geht es aber weiter jetzt haben wir da oben das bienenvolk wo wir den futterteig den selbst hergestellten gegeben haben jetzt habe ich hier ein bienenvolk da kommt der futtersirup rein die sind beide ungefähr gleich aus den schwachen völker also sind seine relativ jung oder bisschen zu schwach gebildete jungvölker relativ spät im letzten jahr und denen geht wie gesagt habe ich ja schon mehrmals gesagt gerne das futter aus jetzt zeige ich euch hier mal wie ich das hier gemacht habe also ich habe hier im prinzip die leere wabe rausgenommen die hängt jetzt hier hinten hinter dem sheet da sind noch ein paar futterreste drauf und habe da gibt da jetzt die futter wabe wo ich das futter reingebe dann haben wir hier eine wabe da ist ungefähr so dreiviertel futter dann haben wir hier waben mit futter und auch schon brut nest zum teil also ganz klein ich habe da jetzt halt mal rein interesse halber geguckt soll man jetzt nicht machen ich weiß schon aber wir müssen ja auch alle ein bisschen wissen was passiert und wir haben ja relativ warmes wetter und wir haben hier noch mal futter das ganze futter wird wird uns nicht reichen für den märz wenn die jetzt schon brüten dann kommen wir da nicht bis zur kirschblüte fallen wenn es dann noch anfängt vielleicht mal auch eine woche zu regnen das ist mir zu knapp deshalb werden wir irgendwann das futter brauchen und deshalb gebe ich denen das jetzt hier einfach in diese futtertasche rein wir haben jetzt warmes wetter die können jetzt schon was abnehmen die können auch mal wieder zwei wochen pause machen und dann wieder was abnehmen genau das soll es gewesen sein wir schauen uns dann im nächsten video an wie das so funktioniert hat wie viel futter ist weg wird der futterteig gerne abgenommen oder dieses futter wir werden sehen wir werden die bienenvölker begleiten ich mache das jetzt hier noch bei ein paar anderen auch und freue mich dann wenn wir uns im nächsten video wiedersehen also macht's gut bis dann